Herzlich Willkommen bei André Talkt Anderswo, der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlock 57 am 25. Januar 2023. Es ist 23.30 Uhr. Im Xenikamp in Griechenland haben wir noch 12 Grad Außentemperatur. So, heute war wieder mal ein sehr arbeitsreicher Tag. Ich weiß, das erzähle ich zurzeit häufig, aber es ist auch so und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass das so ist, dass das Jahr auch so gut anfängt mit Aufträgen, wie es 2022 geändert hat. Und ich hoffe, dass das lange so bleibt und anhält. Ich möchte mich heute bei den zwei Personen bedanken, die mir Feedback gegeben haben oder ich muss sagen bei den zwei Familienpärchen zu meiner gestrigen Frage in der Podcast-Folge und im Podlock. Und habe mich sehr über dieses Feedback gefreut. Ich muss aber auch sagen, da bin ich ganz ehrlich zu euch, ich hätte mir gewünscht, es sind ein paar mehr. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich das jetzt anspreche heute oder nicht. Aber ja, ich bin ehrlich und spreche das an. Hätte ich toll gefunden. Vielleicht kommt ja auch noch was. Aber ich bin halt wirklich am strugglen im Moment, wie ich den Podcast weitermache, wie ich andere anderswo insgesamt weitermache. Ich habe viele Ideen und es ist einfach für mich schwierig, wenn ich von draußen nicht höre, wie das wahrgenommen wird, ob das alles so passt oder nicht. Deshalb bin ich nach wie vor sehr dankbar für jeden, jede weitere, weiteren, der mir nochmal Feedback gibt zu der Folge von gestern. Da habe ich das ja kurz erklärt, also in der langen Folge, wobei dir auch dieses Mal nur irgendwie fünf, sechs Minuten geht. Und ja, das ist so das, was mich noch beschäftigt am Rande. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst Feierabend gemacht und habe morgen wieder ein Kundenmeeting. Heute waren dann auch nochmal Kundenmeetings, die gar nicht eingeplant waren. Das ist irgendwie mittlerweile schon Usus. Aber das Wochenende ist ja in Sicht und da ist es immer so, dass ich dann in Ruhe arbeiten kann, weil die meisten Kunden halt dann nicht arbeiten und ich mir das ja aber auch am Wochenende einteile. Aber die, ich sage mal, die riesengroßen Projekte, die sind jetzt noch nicht abgeschlossen, aber schon sehr weit fortgeschritten, dass ich jetzt nicht mehr, ja, ich sage mal, am Stück acht Stunden irgendwo dran arbeiten muss. Genau. Aber es geht morgen natürlich weiter. Also Pause ist noch nicht angesagt und das ist aber auch völlig okay so. Dir wünsche ich jetzt einen wunderbaren Tag, irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André Talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andré-anderswo.de vorbei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017